Keino, du spinnst. Wir gucken doch nur zusammen Videos. Ja, ist gut. So, Ehrenbruder Kylo am Start, Taliban Bart Davideh ist am Start, Latze, Holle und Memo mit 5 O. Wir sind am Grill, na klar und Bundesliga. Hey Digga, ich mach noch ne Story. Warum lachst du zu viel? Bist du ein lustiger Mensch, Memo, oder was? So, ein paar Sachen haben wir noch auf dem Grill, aber nicht mehr viel. Dings war gerade noch zu Besuch, Pascal. Pascal hat mir ein, zwei Geschenke mitgebracht. Und zwar hat Pascal mir mitgebracht eine Cap, über die ich mich sehr freue, seine Socken und sein Buch. Sehr, sehr korrekt. Kuss geht raus Digga. Guck mal Papa, Uno als Videospiel. Jetzt ist alles perfekt. Hoffenheim führt, Augsburg führt und Leverkusen führt. Der Schein kann kommen, drückt die Daumen. Der Schein kann kommen, drückt die Daumen. Musik Bisschen Lamm oder Ballern oder was? Hier bitte? Ach du ja, Scheiß drauf. oh yeah baby oh yeah so ja Ausfahrt war gut Autobahn war auch gut aber ja der Bus, ich mache gerade Insta-Story nach der Autofahrt waschen das sieht Massenmörder, so ein Ding ist das Eddie hat schon wieder einen Tee, Digga was geht, alles klar oder was oh yeah ich habe gesehen, dass du den Heidi Jaller Weg gemacht hast ach Freunde, ohne Scheiß ich sage euch ehrlich, auf Kamera kommt das immer nicht so geil wie in Real Life, Digga no joke, in Real Life viel, viel schöner als auf Kamera noch aber der Winkel ist schick Eddie wieder auf Profi, Digga man kennt ihn so ich muss auch mal pissen, Digga besser ist das komme ich gerade im Café an, Digga guckt euch das mal an das ist im Motor Digga der blüht, Digga guckt euch das an das Ding blüht, LOL ist mir noch nie aufgefallen der wurde ordentlich getreten, Digga da kann man echt nicht in Ruhe in Buxhule chillen was ist da los? habe ich dir erlaubt mit meiner Sitzung gehen oder was? habe ich dir erlaubt mit mir zu sprechen? habe ich ja erlaubt mit mir zu sprechen haha das ist die 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 20